Guck, der guckt gerade an. Da läuft er. Ganz oben. Da, siehst du es, als er läuft? Ach, da. Genau da vor uns. Das ist ein ganz junger. Das geht junger. Da hoch. Äh, ein alter Fuchs. Ähm, Wolf, der ist so groß hier. Da sind die Wusch da oben rein. Ja, das ist der Schwanz. Da ist mit dem Schwanz. Da oben ist er. Der hat sich gerade erschreckt. Nein, da ist er gerade sitzen gewesen. Der hat dich gerade so angeguckt. Da hat er die Kinder geguckt. Ja, komischerweise genau da, wo du das klacken lässt. Du hast Fantasie. Oh, das ist aber so gewesen. Du bist lauter als die Kamera. Das Klappern hat er auch. Zwölfmal mehr mit dem Männisch. Was? Hörter Wolf. Wenn der Hund schon achtmal mehr gehört. Mhm. Deswegen soll man bei einem Hund auch nur, nur leise schreien. So normalen Ton. Weil das hört er ja schon, als wenn man schreit. Ich glaube, das ist das, was die Wünsche hier heute ist. Mama. 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 Wo sind denn die anderen Füchse? Die Füchse sind wahrscheinlich im anderen Wald. Füchse? Die werden ja nicht mit da rumsteigen. Weil das ja neue sind. Die werden sich gegenseitig fressen. Gefressen oder gefressen werden? Gefressen oder gefressen werden? Gefressen oder gefressen werden? Gefressen oder gefressen werden? Da kommt einer. Der kommt runter. Ja, ein Baby. Siehst du? Herr Senior. Du darfst dich nicht bewegen. Jetzt mach doch doch auf. Weil du nicht erschreckt hast. Den blauen sie schon. Guck da ist er. Das ist ein anderer. Der läuft noch. Der geht schräg runter. Das ist ein großer. Das ist ein anderer gewesen. Der eine geht in den Busch rein und der andere kommt. Der ist gerade runtergelaufen. Also meiner ist laufwärts gelaufen. Das ist ein anderer gewesen. Das ist ein anderer gewesen. Das ist ein anderer gewesen. Der ist ein anderer gewesen. Das ist ein anderer gewesen. Ich habe einen gefunden. Der sitzt da hinten in diesem Busch. Der schnüffelt doch? Da ist er. Da kommt er. Wo? Da steht er. Da steht er. Da steht er. Und schön ist er weg. Jetzt kommt er hoch aufs Grüne. Komme ich da läuft. Da ist der Astrid fort. Und jetzt kam er mit dem Busch. Und das ist ein anderer gewesen. Und dann kam er mit dem Busch. Und dann kam er wieder mit dem Busch. Da läuft zwei Meter und ist weg. Da kommt noch ein Zerbe. Es gibt noch einen Zerbe. Dieser Zerbe ist fertig. Der Zerbe ist fertig. Ja, ich mache mal. Ich mache mal. Das ist ein Zerbe. Die Zerbe ist fertig. Sie können alle Zerbe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020